Ich versuche, Tim Henrys Challenge zu schießen. Eine 8 mm Stahlkugel aus 10 m Entfernung. Ich nehme ein Stück Tape. 10 m Entfernung, hier geht's. Ich benutze 8 mm Stahlkugel und mein GCK Minihammer Pro. Slightly modified. Oh, so close. So close. Yes. Second shot. But like Chucking Steel, one of the best shooter I know. Great challenge. The next is Taking Shots with Hunter and KUS if you want. See you. Yes.